Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esso-Shot unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder so ein kleines Kisten-Opening machen. Und zwar geht es um die Mythic Plus Chess. Ich habe mal wieder eine schicke 10er Instanz letzte Woche gemacht. Und wir wollen heute keine Zeit verlieren und gleich die Kiste aufmachen und schauen was drin ist. Denn eigentlich ist jetzt Raid Beginn, ich möchte aber noch gern mit dem Item in die Raid gehen. Und jetzt schauen wir mal, was ich rauskriege. Ich kriege Schuhe raus und Schuhe brauche ich nicht, weil ich da schon die Bisträte habe. Und ich habe leider wieder Nada Niente. Das kann ich eigentlich sofort dissen, weil es Mist ist. Ja, Thela hat nichts bekommen. Schade, schade. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Heute, wie gesagt, leider ein bisschen schnellere Folge, weil ich mich schicken muss und wieder ein bisschen spät für den Raid dran bin. Euer Thela, bis zum nächsten Mal. Ciao.